Klesana bietet eine wasserlose, hygienische und geruchlose Toilettenlösung. Die Handhabung ist simpel. Vor dem ersten Gebrauch nehmen Sie den Deckel ab und legen den Folienleiner ein. Dieser hat eine Kapazität von bis zu 30 Toilettengängen. Nach einem großen Toilettengang nur den Deckel schließen und Spülgang großdrücken. Bei einem kleinen Toilettengang geben Sie bei Bedarf zusätzlich den Absorber hinein, schließen den Deckel und wählen Spülgang klein. In der Toilette wird alles komplett luft- und wasserdicht verschweißt, wobei der verschweiste Beutel in die Schublade fällt, welche Platz für bis zu 8 Beutel bietet. Die Schublade ziehen Sie heraus und entsorgen die Beutel im Restmüll. Die Klesana Toilettenlösung bietet Ihnen viele Vorteile. Sie ist hygienisch, diskret, geruch- und wasserlos. Somit sind Sie mit Ihrem Wohnmobil oder Boot unabhängig von Entsorgungsstationen. Übrigens, Sie können damit auch Damenhygieneartikel oder Babywindeln entsorgen. Auch im Gesundheitswesen bringt die Lösung von Klesana viele Vorteile. Pflegebedürftige und mobil eingeschränkte Personen können damit menschenwürdig ihr Bedürfnis verrichten. Bei akuten Bedrohungen durch Epidemien braucht es auf den Isolationsstationen wasserunabhängige Toilettenlösungen, um das Risiko von Neuansteckungen zu senken. Die Toilettenlösung von Klesana ist auch an Orten ohne Sanitäreinrichtungen oder Wasseranschlüsse unkompliziert einsetzbar. Klesana – einfach clever!